Boah, die ganzen Zicken da, die gehen mir auch tierisch auf die Nerven. Laufen haben die was anderes da. Das ist doch echt ein Wasser. Boah, scheiß heiß ist es hier. Das ist doch echt... Keiner hat richtig Bock auf Dschungelprüfung, weißt du, jeder will hier rein, aber keiner hat da Bock drauf. Die Sterne, ja Gott. Aber das Essen ist, was man hier so kriegt, ist schon mehr als ekelhaft, und wenig. Dann nimmst du Kilo für Kilo ab.